willkommen zurück zu let's play gta 5 so ich habe gerade eine sms reinbekommen von wade ich habe ein u-boot gesehen trevor unten am hafen auf einem schiff der daisy lee du könntest irgendwie die was die kippen irgendwas kippen ich kannst du nicht lesen oder vielleicht gibt es einen schalter zum runter lassen ok und da hat oben gestanden hier irgendwas überfall kann ich also kann ich die karte nicht ändern kann ich da auch hingehen ich gehe kurz raus aber wir spielen gleich nicht mehr mit so karte was haben wir denn da wir haben ja im letzten partien den angefangen den überfall dazu planen da mit dem mit dem schiff und hier genau tauchboot genau das hat ja das sollen wir klauen sehr schön was habe ich gewählt hochsee glaube schon aber ich habe überlegt ich werde wahrscheinlich alles zeigen aber dann erst nach dem lp wahrscheinlich also immer wenn eine mission kommt das ist jetzt das zweite mal wo man wählen kann was man macht will also welche methode werde ich auch nach diesem lp wahrscheinlich die anderen methoden zeigen zum beispiel vor einem juwelier raub dass ich da die methode ada wähle und mache die ich nicht gewählt habe hier dem lp so genug gelabert wir wechseln zu meike denn durch diese mission hier durch den überfall ist auch die flugschule frei wir müssen mit michael in die flugschule gehen damit wir den überfall da machen können das machen wir heute ich hoffe gut der kam mit am strand irgendwo sexy ja voll idiot alles klar so markieren karte muss ich ja irgendwie hinkommen flug kopf ist da unten triathlon den habe ich mal aufs ging gemacht da unten flugschule da müssen wir jetzt erst mal hinfahren dumm dass er gerade hier ist wir sind weit entfernt wo hier haben wir sogar begonnen da hat ja haben wir mit von klein das auto da geklaut hätte die kamera ist ein bisschen habe ich immer so ich weiß nicht ich glaube ich immer unterschiedlich wie ich die habe du hast scheiße und klamotten aber ist egal so ich bin gespannt flugschule bin natürlich schon öfters geflogen auch in mission mit kreiber allerdings nur weil wir beide wissen fliegen ist nicht deine stärke aber für den hafen shop wirst du fliegen müssen immerhin ein paar stunden in der flugschule mit du es nicht versaut ist alles klar ja das machen wir jetzt hallo also mittlerweile habe ich ja schon ein bisschen flug erfahrung gesammelt in der mission und so oft gehen für mich natürlich was macht man in gta eigentlich so am anfang wenn man frei rumlaufen kann erstmals im flughafen den hole ich mir egal ob ich gleich da bin ich schon mit den komet also was man macht wenn man gta spielt direkt so also so mache ich das immer zum flughafen und flugzeug klauen komet den wollte ich eigentlich auf tunen moment sind wir nicht hier irgendwo im haus die garage kann ich nicht benutzen der kurs sieht nur mit mit von klein auf dem film wir sicher noch mal ich hatte ich weiß ich hatte in der letzten part sehr viele fragen ich habe immer sehr viele fragen an euch ob das mit denen auch geht und so ich weiß viele von euch haben kommentiert aber ich weiß jetzt nicht mehr genau was ich glaube mit der flugschule irgendwas oder mit den garagen mit den häusern kaufen ich muss mir das noch mal alles durchlesen kommentarchen aber ich denke das läuft das kriegen wir alles zusammen hin ich schwöre ich lese die kommentare immer weil ich bin immer vergessen alles keine ahnung warum so der komet geht ab dem wich auf jeden fall noch auf tun gut müsste ich dann eigentlich auch mit mit folgern machen da wird nur die straßenrennen mit folgern machen können der geht gut ab aber wir haben ja wir schon den internus gegründet das hat schweine viel geld gekostet muss auch noch so für die 100 prozent muss ich auch noch so kleine dinge machen so zb ein auto kaufen im internet so was halt ich dann auch alles irgendwann mal machen wenn ich genug kohle habe ich muss das außen rumfallen aber da gibt es auch amonstanz nicht auch irgendwann ich muss jetzt erstmal anfangen mit diesen sammelteilen da also briefschnipsel riefschnipsel raumschiffteile und sowas halt aber erstens bin ich immer zu faul zweitens weiß ich noch nicht genau wie ich das mache eine karte habe ich eigentlich schon die alle markiert sind ob ich da ich könnte ja gerne mal kommentieren ob ich die so am stück zeigen soll so wie ich das immer mache so 20 minuten tauben oder möbeln wie in GTA 4 oder den addons halt oder ob ich das so zusammenschneide dass ich mal eine halbe stunde video mache und dann immer schnitte drin habe das habe ich mal in san andreas gemacht mit den autos irgendwie und weiß ich glaube ich auch weiß ich noch nicht ich will doch nur in die flugschule ist die da oben muss ich da rein falle ich kriege nämlich sterne ihr macht nix ihr macht nix oder aber ich krieg sterne wenn ich rauf gehen ja ich denke das ja das ist hier sehr schön flugschule vielleicht cool so einen großen chat kann man aber nicht fliegen obwohl es da so einen hangar gibt zum großen weiß nicht kann man ist ja später dann riesenflugzeug drin wie in seinen treas können ja auch gerne mal kommentieren weiß ich jetzt nicht genau okay wir haben ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf disziplin mit seinem stress war die flugschule relativ leicht okay die erste übung start lerne wie man von einer rollbahn startet ja das kriege ich auch hin für 100 prozent muss ich da alles bronzen machen nee oder ich weiß nicht schließt stand war das auf jeden fall also das ist so ich das alles zeigen ja kommen wir zeigen okay ja so viele aber die denke ich nicht also weiß ich jetzt nicht ob ich da echt alles 100 bronzen machen muss ich muss sicher alles auf bronzen machen um überhaupt die zu bestehen denke ich mal und ich musste ja bestehen für die mission deshalb stehe die wahrscheinlich nicht mehr 100 prozent ja ja also alles bronzen versuche ich dann muss ich ja ich habe jetzt länger nicht mehr gespielt ist länger herrscht bei mir mal komisch an ein paar tage halt ich kann das nun jetzt nicht so gut lesen wieder weil ich muss mich hier kannst du ja auch scheiße das war nicht gut okay bestanden ja das was habe ich bekommen ja ja gut sehr schön ich fliegen ist ja nicht so einfach wie in sandreas hier gibt es auch turbulenz und so was ich sehr gut finde aber hatte bisher jetzt keine probleme probleme eigentlich landung auf der rollbahn okay dann wie man sich auf einer rollbahn wie man auf einer rollbahn landet alles klärchen dann hören wir dem chef da mal zu ich lasse mir auch sehr viel zeit hier ist ja kein speedrun und so alles klar landen ist bei mir so eine sache fliegen ja landen nein wer kennt den film ich glaube das habe schon mal gesagt aber ich lande immer irgendwie wie es halt gerade geht auf gut glück meistens geht was jetzt muss ich da unten ich mache es jetzt einfach mal scheiß drauf das muss nicht immer so perfekt sein fahr jetzt einfach dahin und gut ist was soll ich für es geht noch weiter was dann noch abbiegen okay wird das noch was ich habe jetzt unten du hast gewiss moment ich habe gerade unten auf die uhr geguckt habe ich echt den check wird das checkpoint verpasst bin ich echt dran vorbeigefahren ich dachte ich habe es berührt na gut dann noch mal scheiß drauf passiert nicht lang was jetzt mit dem höhen besser was ich weiß es nicht so ein bisschen schwer da erstmal landen kostet alles zu viel zeit wo 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 ja das müsste gehen jawohl ja gut so schwer ist es nicht so diesmal aber reinfahren ins ziel wenn ich das verpasst habe ach so nein 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 stopp 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 zurück bin so ein dummer mensch man muss auch zuhören ich muss drin stehen bleiben ach man das war wieder so ein typischer guna fail naja passiert ich muss drin stehen bleiben also jetzt doch echt drauf achten ja ja was motor nicht wegschleiben warum warum sollten sie ja so jetzt verschleben bleiben oder was ja ja so auch ich bin so dumm ich dachte man muss einfach nur durch fahren naja es ist gold ja es ist gold sehr schön äh kopfüberflug ok lernen wie man kopfüber fliegt aber diesmal dazu ein bisschen noch zuhören ob man das auch funktioniert na gib mir die anweisung oh jetzt wird es ein bisschen schwieriger kunstflüge muss ich jetzt aufpassen nicht dass ich voll verkackert gehe wenn ich jetzt die note zuhören es ist Zeit für uns zuhören es ist Zeit für uns zuhören zuhören erst möchte ich euch auf die altitude zuhören und zuhören nach dem Anweispunkt zuhören nach dem Anweispunkt ja wo 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 kann ich einfach nicht so Woah, woah! Okay, wir sehen was du hast! Auf meinem Begriff, ein Barschus roll, indem du dein Flugzeug auf die Seite oder der Seite Ja! Okay, ein Barschus roll! Ja! Stöhnen von Stahl! Haha, ich mag es! Jetzt versuchen wir ein paar davon in einem Rennen. Level auf dein Flugzeug und bereit! Ich möchte dich machen drei Barschus rollen auf meinem Signal. Watch your altitude on this one! Okay, perform three barrel rolls in a row! Okay, alles klar! So, unten steht Fortschritt! Eins, zwei, drei! Wunderschön! Are you getting dizzy in there yet? Go ahead and level out the plane again! Now let's see how you do upside down! On my word, roll over the plane and hold it steady! Okay, roll the plane upside down! Was? Ne, Moment! Das war falsch! Ne, ne, ne! Das war... Scheiße! Ich sollte das noch gar nicht machen! Ich sollte das nicht machen! Ich sollte das gar nicht machen! Ich muss auf den Rücken! Oder? Oh! Hä? Wie jetzt? Ich verstehe es nicht! Ich verstehe es nicht! Ich verstehe es nicht! Ich habe nicht zugehört! Ich bin auch im dummen Gebiet hier! Der Fortschritt war da? Achso! Okay, doch! Ja gut! Jetzt ist Gold weg! Aber egal! Ich sollte das so halten! Oh man! Ich habe nicht richtig zugehört! Ich habe es besser gesagt! Ich habe es nicht kapiert! Ich weiß jetzt nicht wo ich bin! Gold ist schon im Arsch! Aber egal! Ja! Ja! Achso! Ja! Das war wieder ein bisschen dumm gemacht! Aber... Naja! Immerhin bestanden! Silber! Bisher kann man alles auf Gold schaffen! Aber nicht so dumm ist! So! Messerflug! Oh! Man muss ein paar Messerflüge! Ich glaube bei 8 machen! Für die 100%! Lernen wie man auf der Seite fliegt! So! Jetzt gucke ich nämlich mal! Weil ich konnte mir jetzt noch nichts drunter vorstellen! Oder Messerflug! Habe ich nämlich dann der Checklist gelesen! Ich hoffe die sind nicht so schwer! Unter Brücken muss man auch noch durchfliegen! Für die 100%! Mache ich dann auch alles noch! Diese Lern wird dir helfen, deine Stick- und Rutter-Skills zu bauen! Du musst dein Flugzeug zu halten, während du auf der anderen Seite fliegt! Die Perfektung dieses Trick wird wirklich in den späteren Lernstunden wirklich gelaufen! Okay! Ja! Erstmal reinkommen! Da kann ich jetzt wieder ein bisschen failen! Mache ich ein bisschen dummbern! Okay! Wir müssen immer starten! Ja gut! Eben nicht! Als wir gelandet sind! So! Ich denke ich wäre das jetzt beim ersten was zu verkacken! Weil ich noch nicht genau verstanden hätte! Wie geht das jetzt genau? Wie geht das? Perfekt! Now hold that position! Don't forget to use your rudders to maintain altitude! Heavy! Ich habe es nicht verstanden! Doch doch war richtig! War richtig! Aber... Hä? Wie jetzt? Moment! Ich habe es noch nicht so ganz raus! Also zuerst so und dann so oder was? Ja weil wie soll ich? Der lenkt doch! Kann doch nicht so lang! Der Fortschritt war aber schon gut dabei! Hä? Ich verstehe... Ich verstehe das noch nicht! Ich verstehe den Messerflug nicht! Moment! Irgendwas mache ich falsch! Der Fortschritt geht manchmal ein bisschen hoch! So geh mal weg! Fortschritt! Fortschritt! Okay! Das war fast! Das geht doch ein bisschen schneller am Feuer als ich gedacht habe! Das heißt ich kann hier ein bisschen Risiko machen! Okay! Nochmal! Nein! Hä? Es ist nicht einfach! Hat er auch gesagt! Ich verstehe es noch nicht so genau! Ich verstehe es echt gerade gar nicht! So jetzt! Nein! Moment! Aber ich kann doch das nicht so lang machen! Dann gehe ich doch drauf! Ich muss doch lenken! Irgendwo hängt es noch! Ich mache irgendwo einen Fehler! Moment! Vielleicht mal zu der Seite! Ne! Ich muss links machen irgendwie! Okay! Also da stelle ich mich jetzt irgendwie dumm an! Ja! Das wird voll! Aber! Wie soll ich das hinkriegen? Oder in die... Ah! Ich bin dumm! Ich bin dumm! Oh! Ich lenke auch die gar nicht! Ich muss gar nicht lenken! Okay! Aber die Zeit ist scheiße! Was soll ich machen? Wo habe ich jetzt gemacht? Ne! Hä? Moment! Hier habe ich das hinbekommen? Äh! Oh! Ich stelle mich jetzt gerade extrem dumm an! Aber ich... Ich habe es eben ja doch hinbekommen! Ne! Ich weiß gerade nicht mehr wie ich das gemacht habe! Eben! 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 Dass der nicht mehr gelenkt... Dass der nicht mehr gelenkt ist! Weil gelenkt hat besser gesagt! Hä? Irgendwie... LB halten dann! Eben habe ich es doch auch hinbekommen! Oh! Oh! Ich verstehe es gerade nicht! Mein Flugzeug kackt auch glaube ich ab! Irgendwie! Äh! So! Gedrückt halten! Und jetzt! Hä? Also ich verstehe es gerade nicht wie ich das... eben gemacht habe! Äh! Toll! Aber falsche Richtung! Irgendwie da... Ach! Dagegen lenken! Irgendwie! Ja! Da war es fast! Irgendwie in die andere Seite! Ah ne! Moment! Oh oh! Ich bin ein bisschen verwirrt gerade! Ah! Jetzt! Du musst dann dagegen lenken! Irgendwie kurz! Oh man! Oh! 5 Minuten habe ich dafür jetzt gebraucht! Achso! Ja gut! Äh! Fuck! Ich hoffe ich kriege das jetzt richtig schnell hin! Weil wir haben schon 19 Minuten! Mann! Mann! Kann doch nicht so sein, dass ich so lange brauche! Nicht gecheckt! Überhaupt nicht gecheckt! So! Ich hoffe jetzt aber! Ah! Aber die muss ich üben! Dann muss ich checken! Wie gesagt 100% Zoma! So! So! Jetzt aber! War sehr fordierend! Ja! Okay! Ne! Das war knapp! Hallo! Ich hab doch! Hallo! Messerflug! Ne! Ich hab's immer noch nicht so ganz verstanden! Das muss doch irgendwie gehen! So links und dann! Das fühlt sich doch! Das war doch in Ordnung! Warum lädt das nicht? Hallo! Warum lädt das jetzt nicht mehr auf? Verstehst du nicht? Oh! Ah! Jetzt! Ne! Aber! Moment! Erstmal die andere Seite! So! Ja! Perfekt! ja die andere ja möchte ich gerne machen ich habe es immer noch nicht so ganz raus aber war auf jeden fall besser als eben was ach so ich habe schon wieder so lange gebraucht gibt es doch nicht ich stelle mich hier komplett bescheuert an das tut mir echt leid noch mal war aber schon besser von der zeit und glaube ich ganz knapp die zeit überschreitet zwei minuten habe ich gebraucht 54 sekunden ok mann 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 hätte ich offscreen bisschen üben sollen wäre es jetzt nicht so peinlich gewesen aber ich krieg's denn hausdaufläche jetzt wollte ich risiko machen der beiden war nämlich fast vorher aber die war behindert falsche richtung oder was komm 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 eben habe ich es gut hinbekommen wasser auflegen ich heiße ich muss auf die zeitung jetzt aber warum krieg ich das jetzt nicht mehr so gut hin Ah ja, gut, das war verkackt Äh, ich hoffe, ich bin noch in der Flugschule Weil das ja jetzt behindert, wenn ich jetzt tot bin Erneut versuchen Hallo? Ah, Gott sei Dank Oh, diese Messerflüge, ich hab's doch fast hinbekommen Warum ging's jetzt gut, aber irgendwie doch nicht Irgendwie bin ich dann doch irgendwie zur Seite geflogen Ruhig halten Also Ja, er sagt's ja, ich weiß, ich lese's ja, aber Ich will das ja auch machen, wie er sagt Ich versuch das ja auch mit dem Seitenflügel da Ja, warum geht's jetzt auf einmal Hä? Ja Wo bin ich jetzt? Ich hab rechts gemacht, ne? So, geht doch, so muss man das machen Ich glaub, hä, ich versteh nicht, was Versteh nicht, was eben ein Fehler war Hallo? Waagerecht? Ah, scheiße, ich hab Gold verkackt Weil ich jetzt nicht in die Waage-Richte gekommen bin Egal, ich, äh, ja Hauptsache bestanden auch Keine Ahnung, wie viele versuchen Und wie viele Minuten Waren fast 10 Minuten jetzt, wirklich scheiße Tut mir leid So, nächster Tiefflug Alter, schon 15 Minuten für den Den mach ich wahrscheinlich in zwei Parts dann Zweieinhalb Stunden Parts oder so Tiefflug Folge einen Kurs durch die Stadt Und fliege dabei in niedriger Höhe Okay, niedriger Höhe, gut, fliegen Hoffentlich nicht irgendwo Stunts machen oder so Puh, also ich werde dann wahrscheinlich schneiden Den letzten Part hab ich auch geschnitten Die letzte Aufnahme hab ich auch geschnitten Weil die Mission auch Weil ich mich auch so dumm angestellt habe Und die gingen auch sehr lang Okay, oh, das wird gefährlich Wenn ich Glück habe Packe ich das Oh, es gibt ja noch ne Flugschule Stuntflugzeugübung da Also keine Flugschule, aber Stuntübung Auch mit so ner Maschine Muss ich auch noch machen Aber es braucht man nicht für 100% Sein war ja nur für Vorbesteller Ne, nicht für Vorbesteller Denk für Special Edition So, wenn wir jetzt seinen Ruder aufarbeiten Mach ich eigentlich selten Vielleicht mal eine andere Kamera Die auf keinen Fall Ne, die auch nicht Ja, ist Also das Flugzeug sieht aber zu groß jetzt aus Ja, ich mach lieber so Uh Ich hab eben, glaub ich, zu Stark gelenkt Beim Messerflug Das war, glaub ich, mein Fehler So, wie groß Wie lang Ah, 2 Minuten und 15 Das Gold Uh, ich muss ganz tief liegen Gut Im Moment, Wasser geht noch Aber wenn da gleich da Gebäude kommen Ah Ah ja, lieber so jetzt mit Seidenruder Sonst denke ich echt Extrem weit vorbei Turbulenzen Ah Okay Sieht doch ganz nice aus Uh Ah, mein Hals juckt Kann grad nicht kratzen Doch, ging Sehr schön Ah Bisschen vom Gas runter Jawohl Sehr schön Das gefällt ihm, ne Hat gefällt dir, Kollege Ich lass den machen Uh Scheiße Wo, 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 wo Wo Ich hab' Oh, Mann Warum war das so weit entfernt Scheiße Da hab ich die Kurve nicht bekommen Mann Das ging doch jetzt echt gut Und dann so ein Feis Uh Normal kann ich eigentlich In Ordnung fliegen, aber Also ist es in Ordnung, aber Es ist nicht so leicht Hier Gut, und dann mit dem Messerflug Vergessen wir mal Grad ganz schnell wieder Obwohl es mich echt gerade Ankerrt, wie ich mich eben Angestellt habe Und dass es so lange Dauert hat Weil normal könnte ich die Flugschuhe vielleicht in Einem Park bringen, aber Ne Nicht, wenn ich mich so Anstelle Da kann man mal verkacken Das geht Das ist nicht Geh die Welt nicht unter So Konzentrieren hier Wow Nicht ins Wasser fliegen Das ist böse Gut, das ist denke ich mal Die letzte Die letzte Übung hier In dem Part Wenn ich die jetzt bestehe Ich hoffe es Weil ich will auch die Parts Nicht zu lange machen Halbe Stunde Das reicht Und dann Versuche ich Oh Versuche ich im nächsten Part Die Das besser zu machen Mit den restlichen Übungen Oh Fuck Da muss man echt aufpassen Wenn man einmal zu Stark lenkt Und Stick zu stark Zur Seite Drückt Dann Ist schon fast verkackt So jetzt muss ich aufpassen Also ich muss jetzt erstmal Nach rechts wieder Und dann wieder nach links Oh ne Oh ne Oh Gerade so So jetzt Oh Ich stepp War doch gar nicht so schwer So Muss auch Und ein bisschen Auf dem Radar gucken Wo der nächste Checkpoint ist Ja freut es sich Wow Und Auf dem Checkpoint hier Wird ja markiert Welche Richtung Ich fliegen muss Okay Gold Weiß nicht Ob ich es schaffe Ah Der ist Schon Die muss ich landen Ah Gold wird wahrscheinlich Nicht mehr Oder Ah doch Könnte noch gehen Könnte gehen Könnte gehen Ja es geht Sehr schön Das war wieder wunderschön Aber Wir haben schon 30 Minuten Deshalb Wir gucken Wann noch kurz Lange Ladezeiten Gold Ja Schöne Wolke Okay gut Wir haben jetzt leider nur Fünf Stück In den Part gebracht Und geschafft Weil ich da zu lang Gebraucht habe Und bei dem Und da habe ich gefehlt Na egal Den Rest mache ich dann Im nächsten Part Das war es für diesen Part Wir sehen uns In unserem nächsten Macht's gut Und ciao ciao